Herzlich willkommen zurück. Nun ist es endlich soweit. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir uns nun an einem Funktionsgrafen mit Hilfe von Sekanten an eine Tangente herantasten können. Gleichzeitig werden wir dabei noch eine Strategie entdecken, wie wir uns dann auch an die Steigung so einer Tangente mit Hilfe von Sekantensteigungen herantasten können. Dafür solltest du bereits wissen, wie man die Steigung einer Sekante durch zwei Punkte eines Funktionsgrafen berechnen kann. Die Ziele für dieses Video sind, dass du dann den Übergang von Sekanten zu einer Tangente an einem Funktionsgrafen anschaulich erklären kannst und dass wir gemeinsam eine Strategie für die Berechnung der Tangentsteigung erkennen. Schauen wir uns folgende Situation einmal genauer an. Wir wollen nun die Steigung eines Funktionsgrafen in Punkt a mit Koordinaten x0 und f von x0 berechnen. Dafür zeichnen wir nun die Sekante durch a und einen zweiten Punkt b mit Koordinaten x1 und f von x1. Der Punkt a ist fest, aber der Punkt b soll nun beweglich auf dem Graphen sein. Also a ist dann wie ein Gelenk für Sekanten hier. Dafür gibt es wieder eine GeoGebra-Datei. Das bedeutet, wenn du das PDF am Computer offen hast und auf dieses Symbol hier klickst, dann wird eine GeoGebra-Datei heruntergeladen, in der du dann mit einem Schieberegler den Punkt b auf dem Graphen hier verschieben kannst. Also nun ein kleiner Arbeitsauftrag. Öffne diese GeoGebra-Datei und beobachte, wie sich diese Kante durch a und b verändert, wenn man den Punkt b auf dem Graphen verschiebt. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen dieses Video und danach geht es weiter. Ich finde, in dieser beweglichen Grafik erkennt man sehr schön, dass wenn der Punkt b ganz nahe an den Punkt a heranrutscht, dass dann diese Kante durch die beiden Punkte der Tangente schon wirklich sehr sehr ähnlich schaut. Das bedeutet, unsere Strategie scheint zu funktionieren und jetzt wollen wir diese Strategie noch auf die Steigung der Tangente umlegen. Das bedeutet, wir wollen uns jetzt noch mit Hilfe der Sekantensteigungen an die Tangentensteigung herantasten. Dafür brauchen wir zunächst einmal einen Weg, die Steigung so einer Sekante auf möglichst handliche Art und Weise zu beschreiben. Dabei gibt es ein paar Tricks, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Zunächst einmal setzen wir x1 gleich x0 plus h, wobei h jetzt irgendeine Zahl ungleich 0 ist. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass wir jetzt x1 beschreiben können durch x0 plus ein bisschen was. Für die Leute, die es jetzt ganz genau haben wollen, dieses bisschen was ist ja genau die Differenz von x1 und x0, die wir üblicherweise mit Delta x bezeichnen. Aber zur besseren Lesbarkeit kürzen wir Delta x hier jetzt mit h ab. Die Steigung der Sekante durch die Punkte a und b, wobei wir hier jetzt bei b die Koordinaten schon entsprechend ersetzt haben, können wir dann wie üblich mit dem Differenzenquotienten berechnen. Also x0 minus x0 fällt weg. Das bedeutet, die Steigung der Sekante durch die beiden Punkte a und b lässt sich durch diesen schönen Ausdruck hier berechnen. Wir wissen auch schon, dass so ein Differenzenquotient dann die mittlere Änderungsrate der Funktion f nun im Intervall x0 und x0 plus h misst. Das ist etwas, was wir in Zukunft noch öfters brauchen werden und ein wichtiger Zusammenhang. Jetzt interessieren wir uns noch dafür, was passiert, wenn wir für h unterschiedliche Werte einsetzen bzw. wenn wir das einmal rechnerisch ausprobieren, was passiert, wenn h Werte annimmt, die 0 sehr nahe sind. Schauen wir uns dafür ein Beispiel an, nämlich eine Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x² und das Ganze an der Stelle x0 gleich 1. Wenn wir jetzt die Formel, die wir hier herausgefunden haben, verwenden und entsprechend einsetzen, also für x0 1 und dann hier noch unsere Funktionsgleichung verwenden, erhalten wir diesen Ausdruck hier für eben jetzt die Sekantensteigung bzw. eben die mittlere Änderungsrate im Intervall 1 und 1 plus h. Und nun ein letzter Arbeitsauftrag und zwar haben wir hier eine kleine Tabelle und ein paar Werte für h. Und der Arbeitsauftrag lautet nun, trage die entsprechenden Steigungen in die Tabelle ein. Das bedeutet, die Steigung der Sekante ist zu berechnen für gewisse Werte von h und eben diese Werte von h werden betragsmäßig immer kleiner, also wir kommen der Zahl 0 immer näher. Das bedeutet grafisch, dass eben der Punkt b immer näher an den Punkt a heranrutscht. Wahrscheinlich erkennst du dann schon auch hier bei den Werten, die dabei herauskommen für die Steigung, schon eine gewisse Tendenz. Nun pausiere kurz das Video, berechne die Steigungen und dann vergleichen wir noch die Ergebnisse. Also gut, wenn wir jetzt für h diese Werte einsetzen, dann erhalten wir für die Steigungen der Sekanten hier die Werte 3, 2,1, 2,01 und 2,001. Und das hier lasst uns jetzt vermuten, dass sich die Sekantensteigungen dem Wert 2 annähern. Das heißt, unser Verdacht ist, die Steigung der Tangente ist in diesem Fall genau 2. Und im nächsten Video werden wir diesen Verdacht bestätigen.